Liebe SEO-Campings-Friends, liebe Freunde des guten und great Contents, ich sitze hier neben Stephanie Ludermann von Wortalarm. Sie ist die Spezialistin, wenn es um Content geht. Steffi, was sollten die Leute über dich denn noch wissen? Stell dich mal kurz vor. Ja, wie gesagt, mein Name ist Stephanie Ludermann. Ich habe 2010 die Content-Agentur Wortalarm.de gegründet und biete seitdem qualitativ hochwertigen Content an, also keine Massenproduktion, sondern halt wirklich das Ding braucht ein bisschen Weile. Ja, an dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch. Dein erster cooler Campings-Vortrag ist gerade eben, just in diesem Moment, vorbeigegangen. Was war denn das Thema deines Vortrags heute? Es ging um Autorenbriefing, weil es einfach bei uns immer wieder ein bisschen sauer aufstößt, weil die Leute halt weniger darüber nachdenken, was sie dem Text an die Hand geben. Und ja, letztendlich häufig vergessen, dass sie halt immer das geliefert bekommen, was sie halt auch bestellt haben. Was ist so, also angenommen, eine Agentur möchte zehn Texte für den Kunden bestellen, was sind so die größten Stolperfallen, die meisten oder eine der größten Fehler, die man eigentlich beim Content-Briefing machen kann oder auf keinen Fall machen sollte? Der größte Fehler ist schon mal gar kein Briefing zu erstellen. So, was gibt es noch? Das gibt es sehr häufig, ja. Also Klassiker ist dann halt Thema, mach mal rund um den Hund 350 Wörter, vielen Dank. Artikelverzeichnis-Doppelpunkt-Schuhe. Ja, genau das. Was gibst du denn Leuten an die Hand, wenn sie sagen, okay, Steffi, schreib uns coole Texte, wie gehst du dann vor, um ein sauberes Briefing zu bekommen? Ganz klar die Struktur, Stilistik, dann so Sachen wie Zielgruppe. Also es ist relativ wichtig halt dann auch dementsprechend zu wissen, wie ist die Ansprache und wen soll das denn erreichen? Also geht es um Kinder oder geht es um, sollen wir irgendwie werdende Mamas erreichen oder Tierliebhaber oder wie auch immer? Und dann ist es halt schlecht, wenn man bei der Gruppe I50 zum Beispiel halt ganz krass sagt, ey du, das geht dann halt nicht, das geht nicht unbedingt auf. Ansonsten, ja, es ist eigentlich nur wichtig, wirklich sich fünf Minuten in sich zu gehen und zu überlegen, was soll der Text erreichen oder wen soll der Text erreichen? Und dann folgt das. Was, also hast du in den letzten Jahren, ich meine 2010 bist du dann gestartet, hat sich seit Pinguin, Panda, WDF, IDF, was auch immer die ganzen Schlagwörter, die man immer so hört auf den ganzen Konferenzen, hat sich denn grundlegend bei der Content-Erstellung was verändert? Hast du qualitativ oder quantitativ eine große Veränderung gespürt? Ja, definitiv. Also gerade jetzt so, wo es halt darum ging, dass Google sagt, legt ein bisschen mehr Wert auf qualitativ hochwertigeren Inhalt oder mehrwert bietenden Inhalt, sind die Anfragen deutlich höher geworden, weil die Ansprüche auch einfach höher geworden sind. Also es ist doch jetzt so langsam in den Köpfen angekommen, dass man halt nicht einfach nur hohles Blabla veröffentlicht, sondern halt wirklich darauf guckt, dass man einen absoluten Mehrwert schafft. Wie gehst du mit Preissensibilität um? Es ist immer so ein Punkt, es gibt Agenturen, die sagen, ja, ich darf maximal sechs Euro ausgeben für einen 300-Wörter-Text zum Thema Schuhe kaufen, was weiß ich. Wie gehst du, mit welchen Argumenten nimmst du Kunden oder Agenturen oder deine Partner an die Hand, um denen zu vermitteln, dass eben guter Content auch Ressourcen bindet? Faktor Zeit. Also es ist eigentlich recht einfach erklärt, halt so einen hohlen Blabla-Text, den schreibe ich dir in, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, ist kein Problem. Aber wenn ich halt wirklich was haben möchte, was inhaltlich gut aufgebaut ist, strukturiert ist, wo die Leser einfach sehen, hey, ich will da weiterlesen, dann braucht das Ganze einfach ein bisschen Zeit und Zeit ist Geld. Okay, dann gehen wir mal zu einem ganz konkreten Tipp. Jetzt ist das Video veröffentlicht und alle Agenturen oder Menschen, die Online-Shops oder Webseiten haben und coole Texte brauchen, was sollten die ab diesem Video, wenn es zu Ende ist, auf jeden Fall als erstes tun? Mir eine Mail schicken. Und wo sollte die Mail hingehen? An info-at-waterland.de Nee, prinzipiell, also wenn ich jetzt wirklich Bedarf, also wie stelle ich überhaupt fest, ob ich einen Bedarf habe an Content? Ich gucke jetzt meine Webseitentexte an. Wie gehst du beispielsweise vor, wenn jemand kommt und sagt, ja, können Sie mal kurz meine Webseite anschauen? Wo finden Sie hier Optimierungspotenzial, was den Content angeht? Wie gehst du da beispielsweise vor? Puh, gute Frage. Den Fall gab es bis jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat noch keiner gesagt, schau mal bei meiner Webseite drüber und sag mir mal, was ich besser machen kann. Eigentlich eine gute Idee, oder? Wäre eine sehr gute Idee, ja. Danke. Nee, aber ansonsten sollte das mal der Fall sein. Ja, wie gehe ich vor? Ich glaube, ich würde wirklich halt mir einige Minuten freinehmen und halt wirklich komplett durchgucken, wie ist das Ganze strukturiert und aufgebaut und fehlen irgendwo Zwischenüberschriften oder sind die Absätze zu lang und gibt es einen gewissen roten Faden, der sich durch die Texte durchzieht. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann ist definitiv Optimierungsbedarf da. Klasse. Was machst du mit Leuten, die sagen, ich will einen 300-Wörter-Text zum Thema Schuhe und da darf maximal 10 Euro kosten? Die dürfen sich dann woanders bewerben. Okay, dann als abschließendes Fazit zu deinem Vortrag, den du heute gehalten hast. Gab es, also wahrscheinlich kam er sehr gut an und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wie ich dich kenne, gab es konkret Fragen vom Publikum? Wenn ja, wo waren so die meisten Wissenslücken oder wo ist dann der große Bedarf jetzt bei den Leuten, die zugehört haben? Die meisten Fragen kamen tatsächlich im Anschluss bezüglich WDF, IDF. Also mich wundert es ein bisschen, dass es immer noch nicht so hundertprozentig angekommen ist oder vielleicht auch noch nicht ganz wirklich verstanden worden ist, weil wir uns beinahe täglich so ein bisschen mundfusselig reden darüber und jedes Mal wirklich immer wieder erklären müssen, so funktioniert das und so wird das aufgebaut. Ansonsten waren die Fragen ja eigentlich im Sinne von positivem Feedback. Also dass einfach halt gesagt worden ist, finde ich gut, dass du das mal angesprochen hast, weil es halt doch eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist, wird aber von keinem behandelt. Also wie geht ihr beispielsweise mit Anfragen, die jetzt sagen, ja, ich will Texte, die aber auch schön sind und WDF, IDF optimiert sind. Wie gehst du hier mit einer Argumentation vor, wenn jemand sagt, ich will auf jeden Fall WDF, IDF drin haben? Habt ihr Tools, mit denen ihr arbeitet oder sagst du einfach, oder was gibst du den Leuten dann in die Hand? Was gebe ich den Leuten an die Hand? Einen guten Text gebe ich den Leuten an die Hand. Nein, also letztendlich ist das Ding, dass man die Tools sicherlich ein Stück weit als Werkzeug benutzen sollte, einfach als Eigenkontrolle, weil ja letztendlich WDF, IDF ein Werkzeug von vielen Unpage-Maßnahmen ist, an denen man sich bedienen kann. Es reicht aber in der Regel völlig aus, wenn man bereits einen guten Inhalt schreibt und den dann einfach lediglich durch die Time-Gewichtung einfach ein bisschen anpasst, also die Keywords ein bisschen dementsprechend runter oder hoch setzt, damit das Ganze halt ein nettes Dokument wird. Super. Und da würde ich auch sagen, vielen lieben Dank, Steffi, für die tollen Insights zum Thema Content und wenn ihr, wie gesagt, gute, tolle Texte braucht, dann meldet euch bei info-at-wortalarm.de und damit viel Spaß noch an der restlichen Campings und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.